Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir müssen feststellen, die wechselseitigen Sanktionen haben Deutschland und auch Mecklenburg-Vorpommern geschadet. 2014 haben wir noch Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,1 Milliarden Euro mit Russland ausgetauscht. 2015 waren es nur noch 0,7 Milliarden Euro und 2016 sieht es wohl ähnlich aus. Hier liegen die endgültigen Zahlen noch nicht vor. Der Einbruch jedenfalls ist enorm. Er beträgt im Vergleich zu 2014 über ein Drittel. Zu schaffen machen die Sanktionen vor allem im Schiffbau sowie der Land- und Ernährungswirtschaft. Besonders betroffen hier Milch- und Käseerzeugnisse, die wir wegen der Gegensanktionen nicht mehr nach Russland liefern können. Hier wurde der Exporterfolg, der zuvor durch beharrliche Arbeit unserer Unternehmer möglich wurde, mit einem Fingerschnipsen zunichte gemacht. Und das alles ist natürlich nicht abstrakt. Es sind immer Menschen davon betroffen, sowohl in Russland als auch bei uns. So musste der Anlagenbauer AKB aus Greifswald Insolvenz anmelden und in Mukran wird nichts mehr Richtung Russland umgeschlagen, obwohl dieser Hafen ja eigentlich sehr gute Voraussetzungen für den Warenumschlag über die Ostsee hätte. Er ist unser Tiefwasserhafen. Er kann auch Bahnwaggons mit russischer Spurbreite abfertigen. Die Bremsspuren sind also deutlich zu sehen. In Deutschland gingen nach einer Modellrechnung 97.000 Arbeitsplätze durch die Russland-Sanktionen verloren. 400.000 sind es EU-weit. Alles eine Folge der völlig unsinnigen Sanktionen. Sie sind nicht zielführend, wie die negative Wirtschaftsentwicklung beiderseits zeigt, und sie sind auch politisch fragwürdig. Es gibt im Ukraine-Konflikt eben nicht den einen Schuldigen. Schauen Sie sich die Landkarte an, dann sehen Sie, wie nah die NATO im Westen und Südwesten an die Russen herangerückt ist. Der Westen hat hier unter der Führung der Vereinigten Staaten verantwortungslos agiert. Der Versuch, auch noch die Ukraine in die NATO und in die EU holen zu wollen, musste das Gleichgewicht der Kräfte gefährden. Das war vorher absehbar. Es erschließt sich eigentlich jedem objektiven Betrachter, dass die strategische Einengung Russlands durch die NATO objektiv ein Gefahrenpotenzial für die Russen birgt. Ob es gewollt ist oder nicht. Und nun ist das Kind in der Ukraine leider in den Brunnen gefallen. Aber immerhin, wir haben das Minsker Abkommen, das ja zur Befriedung der Region beitragen soll. Nur dazu müssen natürlich alle Seiten, und ich betone alle Seiten, die Vereinbarungen erfüllen. Die Fraktion Die Linke hat ja unter anderem hierzu einen ergänzenden Antrag eingebracht, der die wichtige Rolle des Minsker Abkommens betont und auch die politische Bedeutung rationaler Beziehungen zu Russland hervorhebt, auch wenn es um andere Krisenherde geht. Dem können wir als Fraktion der AfD durchaus folgen. Wir werden also diesem Änderungsantrag zustimmen. Wichtig ist, wir müssen im Interesse einer friedlichen Welt die wechselseitige Spirale der Sanktionen durchbrechen. Wir fordern deshalb, dass die Landesregierung alle notwendigen Schritte unternimmt, um auf Bundesebene dafür zu sorgen, dass die Sanktionen möglichst schnell beendet werden können. Sie muss auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass unsere Firmen, die unter den politischen Entscheidungen der Union, SPD, Bundesregierung zu leiden haben, Unterstützung bekommen, solange die Sanktionen da sind. Sei es bei der Suche nach alternativen Handelswegen oder eben durch einen Ausgleich extremer Nachteile, die diese Unternehmen durch die irrationale Politik erfahren haben. Die wichtigste Aufgabe aber ist es natürlich, mit Russland im Gespräch zu bleiben. Es ist also zu begrüßen, wenn der Ministerpräsident versucht, die Kontakte mit Russland zu halten. Allerdings reicht das eben nicht. Er muss vor allem seine Genossen und seine Koalitionsfreunde der Union davon überzeugen, dass die Sanktionen wirklich bald ein Ende haben sollten. Und wir haben ja wirklich alle Chancen für eine gute Zukunft der Beziehungen mit Russland. Mit Putin regiert seit Jahren ein Freund der Deutschen im Kreml. Auch er will eine vertiefte Zusammenarbeit, insbesondere auf wirtschaftlicher Ebene, weil klar ist, dass sich Deutschland und Russland perfekt ergänzen. Wir bekommen Rohstoffe, die Russen unsere Maschinen und verarbeiteten Produkte. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Vladimir Putin den EU-Europäern eine Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschlagen hat. Er sprach von einer Freihandelszone zwischen Lissabon und Wladivostok. Wie ich finde, eine bemerkenswerte Idee, die durch den Westen leider nie aufgegriffen wurde. Und wir haben ja heute Morgen genau das bei der Diskussion über die römischen Verträge, über dieses Friedensprojekt besprochen. Wer miteinander handelt, der führt keinen Krieg gegeneinander. Warum sollte das nicht auch für das Verhältnis zu unserem großen östlichen Nachbarn gelten? Ein vertiefter gemeinsamer Handel ist der Weg zu Frieden, zum gegenseitigen Verständnis und zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit. Und das wird insbesondere Mecklenburg-Vorpommern in besonderem Maße nutzen. Wir brechen damit unsere Randlage weiter auf. Wir wollen und müssen das Tor zu Skandinavien und auch in den Osten sein. Und über den schon erwähnten Hafen Mukran beispielsweise ließ sich eben vortrefflich Handel mit Russland betreiben. Um es prägnant zusammenzufassen, wir brauchen keine Panzer an der russischen Grenze, sondern viele Laster, die unsere Waren nach Osten bringen und russische mit zurück nach Hause bringen. Lassen Sie uns also hier und heute dafür ein Zeichen setzen und die Landesregierung fraktionsübergreifend auffordern, sich für ein Ende der unsinnigen Sanktionen einzusetzen. Dankeschön. Applaus Danke. 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 Danke.